Ein kleines Haus auf dem Land. Leute, das ist ja gigantisch. Das hast du geerbt? Ja, sieht so aus. Wow. Ja. Willkommen in Hop Springs. Die Bierlieferung ist da. Der Schuppen hier hat noch viel mehr zu bieten. Ich glaube, das WLAN funktioniert nicht. Dieser Ort ist voller Leben. Was ist denn das für ein Scheiß? Hey, willst du was ganz Tolles sehen? Warum tragen die diese Kapuzen? Ich schau dir dieses Bild und dann weißt du, wie es mir geht. Was hast du in das Gras reingetan? Willst du noch mehr sehen? Was hast du in das Gras reingetan? Scheiß Familie.